Untertitelung. BR 2018 Wir alle kennen die Geschichte. Vor 42 Jahren wurde Krankenschwester Agatha aus dem Camp Ryabrook rausgeworfen. Doch da fällt plötzlich eine unheimliche Stille über den Wald. Wir versuchen schon seit Jahren die Hexe zurückzubringen. Schlechen wir uns in den Finger, halten ihn nach oben und rufen ihren Namen. Egg and Dog! Ashley, etwas sehr Schreckliches ist passiert. Wenn ihr mich hören könnt, kommt in die Kantine sofort. Meinst du, das Ritual hat vielleicht dazu geführt? Laurie, sie ist nicht real. Es gibt keine Agatha. In jeder Nacht lockte sie Kinder aus ihren Hütten und sie sammelte ihr Blut in Gläsern, die sie an Bäumen aufhängte. Ich sag euch, wir jagen die Hexe. Okay, scheiß drauf. Na dann, los. Hier. Versuchen wir zu überleben. Siehe, es ist... Hey, hey! Was für alles passiert? Hey, hey! Bleib stehen! Hilfe! Hilfe! Du musst uns sofort nachdenken! Hilfe! Wir warten schon nach eine Ewigkeit. Hey, ihr müsst den Betreuer vom Camp sein. Hier wurden Leute umgebracht! Raus aus deiner Mauer! Hast du auch nur die leisteste Ahnung, was du getan hast? Woher sollte ich das alles wissen? Aber was will sie dann? Sie will leben! Ängelfer! Untertitelung des ZDF für funk, 2017